Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, gickige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Ja, krankheitsbedingt etwas später, aber dafür haben wir jetzt auch die Meldung, dass Vivo und Nokia sich geeinigt haben. Nokia und Oppo hatten sich ja schon geeinigt und jetzt ist Vivo dem nachgefolgt. Alle Rechtsstreitigkeiten sind ausgeräumt, sie haben neues Abkommen, alte Zahlungen werden nachgeholt und, und, und bedeutet, zukünftig gibt es auch sehr wahrscheinlich wieder Vivo-Geräte bei uns in Deutschland zu kaufen, also das 100er oder sowas. Und es steht eigentlich nichts mehr im Wege, dass Vivo wieder ganz normal auf dem deutschen Markt tätig wird. Gleiche Sache wie bei Oppo, vielleicht nutzen die beiden das diesmal mit ein bisschen mehr Elan hier durch zu starten zu wollen. Und wer diese Woche auch durchgestartet ist, das Internet war voll davon. Apple's Vision Pro, Apple's XA-Brille ist in den USA gestartet. Die tollen Ami-Tester durften ja schon ran und viele konnten es schon kaufen. Wir hatten jede Menge Videos gesehen, wo Leute damit in der U-Bahn sitzen, auf dem Skateboard durch New York fahren, in ihrem Tesla sitzen und die Dinger dann da benutzen und die Vorteile, aber auch die Nachteile von dem Ding rausfinden. Was man da so hört, so nach dem Motto, jeder technisch und wie das visuell aussieht, jeder hin und weg, der es einmal auf hatte, vor der Bedienung ja auch. Aber viele stoßen dann teilweise wieder, was mache ich jetzt damit, außer mir jede Menge coole Fenster in einer schönen Auflösung überall anzeigen zu lassen. Das wird noch sehr interessant. Was finde ich mir auch natürlich, also man gibt noch keine Daten, wann es jetzt final zu uns kommt, zu welchem Preis es dann zu uns kommt, was das ganze Zubehör dann bei uns kosten wird. Das wird noch teuer. Aber was auch schön ist, die ganzen Unkenrufe, die es vor dem Vision Pro Start gab, so nach dem Motto, hier diese App und jene App gibt es gar nicht und oh, was ist denn das für ein... Gar kein Problem. Es zeigt sich auch mal wieder, dass man auch Anfang 2024 vieles noch im Browser machen kann und relativ vernünftig. Und jetzt, ne, YouTube legt ja nach und sagt, ja, Vision Pro App kommt. Und ich denke mir aber kurz, solange werden die meisten da auch nachfolgen. Und wo wir Apple und davor eigentlich so ein bisschen 5G hatten, nächste Meldung, Apple hat mit Qualcomm seinen Modem-Lieferantenvertrag verlängert. Auch eine interessante Nischenmeldung mal wieder, denn das hatten wir letztes Jahr, dass Apple sagt, wir beziehen auch inklusive 26 unsere Modem-Chips in unseren Geräten, jetzt muss ich ein iPhone hochhalten, von Qualcomm. Und das, obwohl sie ja damals vor etlichen Jahren die Intel-Modem-Sparte übernommen hatten. Und was kommt jetzt? Jetzt sagen sie auch einschließlich 27 werden wir noch auf Qualcomm-Modems setzen. Da sieht man mal wieder, ne, Chip-Design, du kannst in dem einen Bereich King of the Pop sein und dann hast du wieder so einen anderen Chip und das ist wieder komplett eine andere Welt. Eine andere Welt soll jetzt auch Google Bart sein. Da hat man zum einen im Hintergrund jetzt auf Gemini Pro gewechselt als Rechenmodell. Viele hatten ja spekuliert, als Google Gemini vorgestellt hat, dass Ultra, ne, das nochmal Ebene drüber ist von den Kapazitäten, für Bart genutzt wird. Nein, jetzt ist es nur Pro, soll das Ganze aber, ne, auch problemlos auf Chat-GTP, was haben wir da, Vierer-Level oder so heben. Naja, 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 ich finde es immer sehr interessant, das eine mal bei Chat reinzugeben, das andere bei Google und man kriegt komplett unterschiedliche Ergebnisse. Und mal ist das eine Grütze, mal ist das... Aber Google Bart kann jetzt auch Bilder erstellen. Also wer bis jetzt da noch mit anderen Sachen rumgespielt hat, kann da auch da jetzt rumspielen. Neue Smartphone-Hardware gab es diese Woche aber auch, beziehungsweise eher so eine Ankündigung. Nothing hat bekannt gegeben, dass nach dem Nothing 2 jetzt auch ein Nothing 2a-Smartphone vorgestellt werden wird. Das soll aber eher ein Mittelklasse-Gerät sein. Wäre mein Tipp jetzt, ne, natürlich jetzt nicht Snapdragon irgendwas, sondern vielleicht setzen sie da unter der Haube Mediatek, das Ganze ein bisschen kleiner. Was, ähm, irgendwie ein neues Paar Augen, Fresh Pair of Ice oder so war der Slogan, ne, dann tauchten da schon Render-Bilder auf, ne, wo die Kameras nicht mehr so sind, sondern so, würde ja bei den Minion-Augen vielleicht so ein bisschen passen. Das Glyphen-Design soll aber erhalten bleiben. Ich freue mich an dieser Stelle einfach nur darüber, ne, bei Nothing gab es ja die Unten-Rufe, können die mehr als Marketing, bleiben die am Ball? Wenn die jetzt auch noch, ne, vor allem mal in eine andere Richtung kleiner gehen, vielleicht kleiner, vielleicht mittelklassiger, vielleicht wieder preisgünstiger, warten wir mal ab. Aber schön, dass die neue Hardware zeigen. Wer auch etwas Neues zeigt, ist Amazon Prime Video. Und zwar zeigen die jetzt neu Werbung. Seit dem 5. Februar ist es bei uns auch soweit. Wir bekommen Werbeunterbrechungen eingeblendet in den normalen Prime Video, Serien, Filmen. Also das, was man in seinem Prime-Abo mit drin hat, was man bisher werbefrei gucken konnte, wo natürlich am Anfang auch oft immer noch Werbung für andere Amazon Prime-Serien war, gibt es jetzt Unterbrechungen. Ich hatte auch schon ein paar dabei, das war noch nicht so wild. Entweder waren es wieder Amazon-eigenes Zeugs oder es war, glaube ich, teilweise sogar Samsung-Werbung fürs S24. Also noch so Zeug, wo ich mir denke, okay, das ist hochqualitative, gute, gemachte Werbung. Und da einmal in einer 45-Minuten-Serie da eine Unterbrechung zu haben für 11 bis 17 Sekunden, das sind jetzt so meine Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, ist zwar nicht geil, aber das geht noch so in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie ich darauf reagiere, wenn ich so einen fetten 3-Minuten-Werbeblock wie im Fernsehen hätte oder am schlimmsten noch irgendwie alle 5 Minuten so einen 20-Sekunden-Clip, der den Seefluss dann richtig unterbindet. Ich glaube, dann werde ich stinkig. Und was macht man dann? Wechselt man zu Netflix und sonst was und günstig ein günstiges Netflix-Abo aus dem Ausland über VPN aktiviert? Ich weiß, die MyDeals-Fans rumpfen schon, ja, Netflix aus der Türkei oder irgendwo aus Südamerika oder Indien und da gibt es schlechte Nachrichten. Netflix geht dagegen jetzt anscheinend auch vor, wenn man diese ausländischen Accounts, wo die Abo-Gebieren deutlich weniger sind, also ein indisches Netflix-Abo kostet natürlich deutlich weniger als ein deutsches Netflix-Abo, haben dann Leute natürlich gemacht, nutzen das und ging auch jahrelang auch problemlos hier bei uns. Dem scheint jetzt Netflix nach den Passwort-Teilen auch ein Riegel vorschieben zu wollen. Das fängt jetzt aber in der Entwicklung erst an. In den USA fängt ab dem 14. März jetzt Disney und das dazugehörige Hulu an, auch gegen das Passwort-Teilen vorzugehen. Dann kann man sich ausmalen, wie bei Netflix, das dauert nicht mehr lange, dann wird das auch bei uns gehen. Die haben alle, die anderen Streaming-Dienste, die haben alle Netflix beobachtet, ob Netflix das auf die Füße fällt, ob die Leute jetzt kündigen oder ob die Leute mehr Bezahlabos abschließen. Was haben sie gemacht? Sie haben mehr Netflix-Bezahlabos dadurch abgeschlossen und da werden die anderen Streaming-Anbieter ja auch sagen, sind wir denn bescheuert, machen wir genau das Gleiche. Und auch genau das Gleiche macht Playmobil. Die feiern gerade 50 Jahre Playmobil. Hat mich ein bisschen überrascht im Sinne von, ich hätte gedacht, das wäre älter. Vielleicht schon so 60, 70 oder noch älter, aber nein, 50 Jahre Playmobil. Ich kann mich noch an, was weiß ich, das Wildwestzeug-Indianer und die Kavallerie-Dinger da ganz, ganz, ganz gut erinnern. Aber es gibt ja auch von denen alles Mögliche. Der DeLorean aus Playmobil, der steht da, aber das war wieder was anderes. Aber an dieser Stelle auch mal, auch wenn ich immer eher der Hardcore-Lego-Nutzer war, herzglücklichen Glückwunsch Playmobil. Und wo wir gerade so eigentlich schon bei den Spielen sind, Sony hat die Woche wieder so eine State of Play abgehalten, hat ein paar Sachen gezeigt, so ein kurzer Ausblick auf den hier Final Fantasy VII Rebirth oder sowas. Aber Death Stranding 2, was ein grandioser Trailer. Also das war was so, wo ich mir denke, uiuiuiuiui, die Judas-Story verstehe ich nicht. Also, was hat Sony gemacht? Einfach wieder jede Menge Spiele angekündigt. Und was war das noch? Was hatten wir da? Die Gerüchte von Microsoft, sie könnten sich vorstellen, Indiana Jones' Circle of Tralala auch für die Playstation rauszubringen? Wäre natürlich nett. Ansonsten hat man noch so viele kleine Meldungen in der Unterhaltungsbranche. Eidos oder Eidos, wie ich sie immer erinnere, die Macher von Deus Ex Rebirth und sowas. Das nächste Deus Ex-Spiel ist eingestellt. Die entlassen auch leider jede Menge Leute. Dann haben wir die Schauspielerin oder eine von den Schauspielerinnen aus der Game of Thrones-Reihe, also aus dem Prequel sozusagen, wird die neue Supergirl-Darstellerin werden. Soll dann auch bald schon im nächsten Film zu sehen sein. Und dann noch was Eigenes bekommen. Bin ich mal sehr gespannt, wie dieses, was sollen wir sagen, dieses Franchise da neu gestartet wird. Auf welchen Neustart oder Weiterführung ich aber sehr gespannt bin. Auch wenn meine Erwartungen sehr niedrig sind und ich eher die Befürchtung habe, dass sie es verhunzen. Wir haben einen ersten Mini-Teaser von Squid Game. Zweite Staffel. Ich komme mit den roten Haaren immer noch nicht klar. Und was das Ganze werden soll und wie sie es machen wollen? Ich bin ein bisschen skeptisch. So, aber deswegen kommen wir zur Unterhaltung der Woche. Und das ist ganz klar, mache ich mir einfach Sonntagabend der Superbowl. Wobei, ich glaube, Montagabend dann bei uns um halb eins ist dann Kick-Off nach der großen Eröffnung schon. Und dann fliegen mal wieder die Jets über Las Vegas und, 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 und. Das dürfte Superbowl LV 58 oder sowas sein. Die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Also, wer das Faultier kennt, ich halte jedes Jahr eher zur Südstaaten-Mannschaft. Und bei den beiden ist das ziemlich einfach. Kansas City ist mein Favorit. Nicht, weil ich auch ein Swifty bin oder sowas. Aber das ganz klar die Anguck-Empfehlungen der Woche. Auch wenn es natürlich hart wird, sowas sich anzugucken und am Montag auch früh raus zu müssen. Naja. Ein altes Quirty gibt es nicht. Dafür einen alten Kapuzenpulli vom Zoo Duisburg mit den, äh, ich will immer Mammelties sagen, aber wie heißen sie denn? Mit den Seekühen. Ihr wisst es doch. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit Faultiers 5 Folge 638. Euch allen einen schönen Stand in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Und Nokia sich geeinigt haben. Nokia und Oppo hatten sich ja schon beeinigt. Aha.